Willkommen zurück zu einer neuen Mörderischgruben und rauen Folge Freitag der 13. mit Raubein, dem Grobabwischer Kreis. Wenn ich zweimal klatsche, geht das Licht an und aus. Das heißt, du bist ein harter Junge und kein Doofy-Boy. Ich habe AA gemacht. Ich habe AA gemacht. Aber du sollst doch abwischen und zwar grob. Stell dir mal vor, das ist einer, der wartet halt immer, bis es rausfällt und deswegen wirkt der dann immer so überrascht. Du hast ein braunes Baby aus meinem Popo. Ich bin Vater geworden. Ich habe auch Kinder. Kommst du zu mir nach Hause? Ich zeig sie dir bei mir zu Hause. Alter, weißt du was? Bei mir ist der Killer, aber weißt du was noch? Jetzt können die Hater schon mal ihre ganzen... Ihr Monkos, bennehmt euch nicht wie Monkos. Das ist ein ernstes Spiel. Hört auf zu lachen. So, danke. Kommentar da lassen, wieder gehen. Vielen Dank. Einen Adblocker braucht eh kein Mensch. Nach 80 Folgen habt ihr immer noch nicht gelernt richtig zu reden. Ja, ja. Ich schaue schon 80 Folgen lang dieses Let's Play Format und warte darauf, dass ihr endlich mal normal seid. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe mir ein Bein abgeschält. Ich bin hier irgendwo... Alter, wie einsam es hier ist. Mit einem anderen Spiel bist du, Mann. Alter, was ist das? Ja, es ist doch gar nicht Freitag. Das ist doch... Freitag. Oh, ich weiß wo der Killer ist. Ah, bei mir. Echt? Okay, das ist gut. Ah, ich bin auch da. Dann ist er nicht bei mir. Ah ne, er ist nicht bei mir. Hast du eine Karte? Gibt es ein Boot? Klar habe ich eine Karte. Äh, ne. Das kannst du auch sehen. Du brauchst keine Karte. Ah, hier ist der Viersitzer. Hier ist auch eine Karte. Aber vielleicht kommt Jason jetzt. Egal. Ist mir egal. Ich habe den Schlüssel, ne? Also ich kann jederzeit sagen, schwupps, da ist die Faust dran. Schwupps, da ist der Schlüssel. Wir spielen heute das Spiel, Kinder. Schwupps, wo ist der Schlüssel? Schwupps, wo ist der Schlüssel hin? Alter, hier loutet ja niemand. Die Lobby ist randvoll, aber niemand loutet. Was ist da los? In welcher Hosentasche ist der Schlüssel? In einer Hosentasche habe ich einen Schlüssel und in die andere habe ich ein Loch geschnitten. Ich suche die Sicherung. Aber ich weiß nicht wo sie ist. Da hinten ist Jason. Jason. Jason Gaisen. Raucht nur Hazen. Okay, sieht nicht so aus, als wäre hier Benzin drin. Hast du irgendwas? Batterie? Nee, Mann. Ich weiß aber wo der Viersitzer ist. Das ist schon mal gut. Wollen wir den Zweisitzer? Moment mal, wir können abhauen. Warum? Wo? Die haben das Ding voll betankt. Batterie ist drin, betankt. Aber nur den Zweisitzer. Wir könnten fliehen. Wir könnten fliehen. Ja, aber was ist, wenn... Die wollen doch dann bestimmt fighten. Wir könnten sagen Scheiß auf die. Wir warten bis sie weggehen. Ja und dann... Ja und bis sie weggehen, weil sie keinen Schlüssel finden. Aber die... Die stehen genau da. Die stehen genau da. Ja, aber die hauen doch bestimmt bald ab. Weil sie sich denken, Scheiße. Wollen wir das Ding klauen? Hier ist kein Schlüssel. Ja, ich weiß nicht, Alter. Hier geht es ums nackte Überleben. Ach, da bist du ja. Es geht. Also gehen wir hin und klauen das Ding, ja? Wir knüppeln sie nieder. Wir schlagen sie nur bewusstlos. Ja, nein. Das geht ja leider nicht. Alter, die sind gerade alle weg. Weil dich. Alter. Oh nein! Sniper Jason! Alter! Ey. Was? Snitch-Party. Snitch-Party to the max. Was ist das in Basie? Ja, hab ich. Okay. Alter, ich hab den voll getroffen mit der Flair. Und hat nichts ihm ausgemacht. Schnell! Ins Haus! Ist er hinter uns? Oh fuck! Geht doch rein! Oh Gott! Hat er dich? Au, Alter! Ich hab die Tube. Die liegt direkt neben dem Sicherungskasten. Er ist hier. Er ist hier. Hier ist noch eine Flair Gun. Hier drüben bei mir. Er ist drin. Er ist im Haus. Er ist in der Bude. Aua! Komm schon, Ledernacken! Ledernacken! Vorspringen! Achtung! Einer muss ihn ablenken. Wie jetzt da eine Sicherung drauf klatschen? Der, der... In dem Haus war die Sicherung. Und die lag direkt neben dem, äh... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Er ist irgendwo in der Twilight. Starten das Auto! Die Schweine! Ist er noch bei dir? No! Ihr Wichser! Die hauen mit dem Auto ab und es interessiert ihn nicht. Wieso interessiert ihn das nicht? Hol die Tube! Oh Gott! Was ist los bei dir, Kreis? Ich wurde... Ange... Nutzt... Ah! Geh zur Tube! Lenkt ihr ihn ab? Ja, ich versuch's! Er hat Fallen gelegt! Ist er noch hinter mir? Einfach so ein... Naja, er will unbedingt dich! Ja! Aber die Tube liegt direkt neben dem Kasten! Ich seh's! Aber er will dich! Er will dich! Ja, jetzt will er vielleicht mich! Alter, er interessiert sich null für die K-Bugen! Die sind schon weg! Alter! Er kommt ins Haus! Achtung, er kommt! What?! Alter, was für ein Gummiarm Jason wieder! Alter, ich hab ihn getroffen! Aber wo ist mein Knüppel? Mein Knüppel ist verschwunden! Ach, der ist da vorne hingeflogen! Gehst du an die Tube? Da ist Benzin! Ich hab Benzin gefunden! Haben wir nochmal gestunt? Oh, ich hab keine Ausdauer! Ach, hier ist ne Falle vor der Tube! Scheiße! Da ist Benzin! In dem Raum ist Benzin! Alter, der ist immer noch hier bei mir! Was?! Wie kann der denn so schnell zweimal crappeln? Oh Gott! Und jetzt hat er dich, oder was? Ja, er hat mich! Ich bin tot! Scheiße! Du musst es machen! Du musst irgendwas machen! Kippst du auch gerade? Kippst du gerade? Nein, noch nicht! Komm schon, Greis! Ich glaub an dich! Ich bin so schwach! Mach es fürs Team! Alter, der hat nicht locker gelassen! Scheiße! Ich glaub er ist hier, oder? Geh ans Telefon! Geh ans Telefon! Nein, geh nicht ans Telefon! Deine Fenster ist noch gut! Nicht das da! Das andere! Oh, hast du ein Glück! Alter, nur weil du eben die Waffe aufgehebt hast! Aufgehebt hast! Aufgehoben hast! Ah, fuck! Nur weil du eben gerade die Waffe aufgehoben hast, hast du das Messer überlebt! Aber dafür wirst du jetzt weggegrillt! Ja, dafür wird ich jetzt ordentlich gegrillt! Mann, warum hat der die einen ziehen lassen? Ich weiß nicht! Wahrscheinlich haben die uns noch gesnitcht schnell! Deswegen dieser Sniper-Move! Ja, der Schlüssel liegt jetzt da oben! Die Sicherung liegt da oben! Eigentlich können die gar nicht mehr entkommen, ne? Diese Sicherung ist eingebaut! Ach echt? Der hat das nicht zerstört? Ja, nein! Sie müssen nur noch das Telefon nutzen! Ich glaube sie kommen darauf! Ich weiß es nicht! Sie müssen es ja auch finden, ne? Was ist da los? Wo ist Jason? Ah, ich weiß nicht! Da ist Harvest! Super toll Jason! Ja, wenn Jason erstmal sich so richtig auf einen festlegt, ne? Ja, dann machst du nichts! Wenn er sich einmal das... Er hat eben mehr Ausdauer! Er hat einfach mehr Ausdauer! Haha! Geduld hat er auch! Hab es? Hat er irgendwie den Plan? Hat er die große Idee? Ich weiß nicht! Er sprintet auf jeden Fall! Iverlin? 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 Holy shit! Is that a dead body? Is... Is that a... A person? Ja, warum geht der nicht ans Telefon? Ja, er weiß es ja noch nicht, dass das Haus aktiv ist. Er muss ja erstmal ans Telefon, vielleicht wenn er jetzt zufällig... Nehmen wir doch die Banane! Warte, wenn er jetzt vorbeigeht, sieht das vielleicht, dass es geht. Komm schon! Nein! Oh nein! The phone! Use the phone! Oh mein Gott! Geh doch ans Telefon! Mann, Junge! Das tut weh! Wie so Schwarze im Kino! Benutzt das Telefon! Geh nicht da rein! Das Telefon funktioniert! Das musst du aber sehen, oder? Wenn er da vorbeiläuft! Ja, du siehst das dann eh funktioniert quasi! Normalerweise, ja, ja, ja! Oder hat den Kasten wieder zerstört! Weiß ich nicht! Alter, die wollen ihn glaub ich rwessen! Ja, du siehst das dann eh funktioniert quasi! Der Alte geht nämlich sich den Pulli holen! Ja, aber ich glaub der Pulli allein, der wird nicht reichen! Ja, vielleicht, vielleicht ja doch! Ja, aber dann müssen sie ihm das Gesicht noch komplett schälen! Und, äh... Vielleicht sind es aber alles Freunde! Eine Machete finden? Ich mein, bei uns hat er so viel rumgeschwiftet, rumgesnipert und alles und hier... Ich glaub das sind Freunde! Ich glaub die haben gesagt, hey, die beiden, die zwei Nazis da, weg! Und dann machen wir das ganz easy! Obwohl... Hä? Hä? Ist doch merkwürdig! Hier wurde wieder... Nein! Das sind keine Freunde! Ne, das sind keine Freunde! Er zieht dir den Pulli wohl wieder aus, hm? Gib Mamas Pulli her! Das ist Mamas Pulli! Ich glaub er hat sich aufgegeben, weil warum rennt er sonst so dahin? Er hätte ja woanders hinrennen können! Ja, der ist irgendwie gebrochen! Er ist gebrochen! Vielleicht kennt er den Glitch! Ich hab Mamas Pulli zurückgeholt! Der riecht so schön nach Matt! Oh! Das tut weh, hm? Na, aber richtig gelanzt, ne? Ist er in dem Zustand noch am Leben? Ne! Ne! Warte, er röchelt hier noch so ein bisschen! Und da fällt er um und das war's! Das ist es gewesen, liebe Freunde! Ja! Der Zweisitzer! Ich hab gesagt, wir klauen das Ding und hauen ab! Ja, wir waren unterwegs! Wir waren doch schon unterwegs! Woher wusste er das, hm? Wir waren hinten im Wald! Ja eben, woher wusste er das? War Jason in eine Verschwörung involviert? Er ist grundsätzlich in eine Verschwörung! In die Freitag der 13. Verschwörung! Weil in den Zahlen versteckt 1 plus 3 ist 4! Und vier Reiter der Apokalypse waren... Ja, stimmt! Ja, ja! Da ist eine Verschwörung! Jetzt, wenn du das so auflistest, ergibt auch alles Sinn! Jetzt ergibt das alles Sinn! Vier von sieben Reitern der Apokalypse waren das und das und da bleibt dann eine 3 übrig und 1 und 3 heißt einer von 3 und das sind dann von den 3, die übrig bleiben, der eine ist der Schlüssel zum Code hinter der Mona Lisa! Ja! Ja! Ungefähr so! Hast du schon gut erkannt! Also Jason ist auf jeden Fall in einer ganz großen Geschichte! Illuminati! Aber wie steht Jasons Mutter in Verbindung? Sie hat nur gesagt, ich habe Auge gemacht auf Jason! Und Mutter ist rückwärts Rettum! Weißt du? Verstehst du? Rettum! Ja! Es geht also mal wieder alles um Arschlöcher! Am Ende ist es immer ein Rektum! Da war doch jetzt neulich wieder so eine Party irgendwie von so Päpsten... Also nicht von so Päpsten, aber von dem Papst seiner Bros. Irgendwie so eine schwulen Orgie mit Drogen, die gesprengt wurde, alter! Der Pepsi-Papst? Der Pepsi-Papst? Nee, der ist kein echter Kreis! Der Pepsi-Papst ist kein echter! Der Pepsi-Papst ist nicht im Vatikan! Der ist nicht echt! Doch, doch! Ein ganz großes Ding! Aber das krasse ist, die können halt wieder, die werden nur nach Kirchenrecht wieder bestraft, weißt du? Ja! Vier Rosenkränze! Ja! Hier zwei Ave Maria! Und das passt schon! Fünf deiner Messdiener kriege ich auch noch! Nicht meine Messdiener! Oh nein! Oh der kleine Petro! Ich habe ihn gerade angelernt! Ich habe ihn gut eingeritten, den kleinen Petro! Das geht wieder eine Klage! Ja, nee, das ist schon so Oliver Pocher Niveau dann, ne? Nee, nee, Oli, ach nee, der ist nicht auf dem Level! Nee, gar nicht! Also Oli, der ist... Er ist älter geworden! Er ist älter geworden, Vater geworden! Nee, das nicht! Aber ich finde, der ist noch ein bisschen geradliniger, nennen wir es mal! Ja! Der ist immer sehr gerade heraus! Neulich war er auf irgendeiner Comic-Con und da war auch dann von wegen, ja, so Frauen mit Baseballschlägern trifft man ja nicht häufig, außer im Osten oder so! Ja, das stimmt aber auch, ne? Osten ist alles noch in Ordnung! Oder er hat es andersrum, er hat es noch so ein bisschen subtiler verpackt, er hat dann gesagt irgendwie, ähm, Frauen mit Baseballschlägern trifft man ja nicht häufig! Zumindest hier im Westen, so, weißt du, so war das gesagt! Oh, fuck! Ich dachte ganz kurz, weil der schwarze Bildschirm, der war so lang! Ich dachte, ich werde jetzt endlich mal wieder Jason, aber, ne! Ey, ich starte an der Packneck Lodge, aber ich verpiss mich direkt! Ich bin irgendwo weit weg! Sehr weit weg! Ich gucke nur mal aus der Ferne, ob da der, ne! Der gute alte Haramschläger! Der gute alte Sicherungskasten ist aber nicht da gewesen! Und welches Auto steht da? Muss ich nochmal schauen, kurz das gelbe! Der Zweisitzer ist... Und ich sag's dir, er ist unterwegs! Will er mich verarschen? Ist er bei dir? Er hat Licht ausgemacht! Ah, er ist bei dir! Er ist unten am Auto an der Packneck Lodge! Und da hat er schon irgendwen gefunden! Vielleicht macht er ihn jetzt ein bisschen haramig! Er ist Kai Kai, ne? Kai Kai? Da ist er vorsichtig, ja! Der Killer heißt Kai Kai! Ich bin oben beim Vierer! Okay, ich hab'n Schlüssel! Irgendwie finden wir in letzter Zeit sehr häufig Schlüssel, ne? Ja, ne? Ich weiss auch nicht! Wir sind die Schlüssel-Dudes! Aber das ist auch ne Zeit lang... Ich weiß nicht, wie das in diesem Spawn-Code da funktioniert, aber ne Zeit lang bin ich auch immer an der Schrotflinte gespawnt, irgendwie! Oh, ich hör' irgendwie Feuerwerkskörper! Jason wurde markiert! Ist immer noch da unten am Peckeneckel-Neckel-Deck! Peckeneckel-Neckel! Am Peckeneckel-Neckel-Deck! Da war plötzlich mal eine Decke weg! Ein nackter Mann stand in meinem Zelt und sagte, komm mit mir! U.A. Peckeneckel! U.A. Peckeneckel! U.A. Peckeneckel! U.A. Peckeneckel! U.A. Peckeneckel! Alle sind in der Peckeneckel-Lodge! Ja, in der Peckeneckel-Lodge! Da wirst du hart gedodged! Aber nur von hinten! Von Camp! Von Camp! Von Camp! Alter, McGreedy! Moment! Oh! Da wurde ein wenig Benzin in Vierersitzer rein gekippelt! Gippelgibbel nennt man das auch! Wir bügelten Bilder aus Nudeln und Schweiß! Das war der schönste Sommer meines Lebens! Im Tonescan Toleranz! Ich glaub dir meinen Viersitzer ready! Komm schnell runter! Alter! Der Viersitzer? Meinst du die haben schon einen Key oder was? Weiß es nicht, aber Batterie ist drin! Du hast den Key doch! Ich hab einen Key, aber es gibt zwei Keys! Oder? Batterieren da rum! Bataria! Also ihr sammeln sich! Ich bin mit drei Mädels da! Also eigentlich kannst du weg bleiben! Ich hab meinen Schraubenschlüssel und damit schmiere ich ihm den Bart voll! Ich hab keine Karte! Versuchen wir's! Ich hab keine Karte! Ich bin cool! Alter! Viersitzer wird glaub ich gestartet! Ja! Ich bin derjenige der startet! Aber das Ding ist voll! Wie du hast einen Schlüssel gehabt oder was? Ja! Sagt aber nichts! Was ist das? Ich hab den geschenkt bekommen! Eben gerade so hier! Willst du einen Schlüssel? Lauf ist halt so asozial! Ekelhaft! Oh, er ist schon da vorne! Shit! Ob ich da durch kann? Ob das funktioniert? Versuch's! YOLO! No! No! Oh Gott! Da war ne Kante! Ah! Da war ne Kante! Unfall im Wald! Unfall im Wald! Wir hatten einen Unfall in diesem Wald! Und dann kam Jason! Ja, dann macht doch was! Was ist denn jetzt? Ja, lasst mich fahren! Kenners! Aber Vorsicht! Nicht mich schlagen! Mach's doch nicht! Ich bin extra so ausgewichen! Aber irgendwie hat das so an's Haus'n Metall zurückgezogen! Oh, nee jetzt! Das Auto an? Ja! Waa 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 waa! Ah, nein! Vorsicht! Alter, wir wären gut entkommen, wenn ich nicht gegen diese Kante geditscht wäre! Das war ganz, ganz merkwürdig! Diese war gut ein Mal vergleichen! Alter! Hat er dich? Ja! Ich wusste nicht, dass er auf einmal hier... Wir sind voll! Wir sind voll! Wir sind voll! Es ist voll! Es ist voll! Fahr doch! Fahr! Es tut mir leid, Greis! Es tut mir leid! Jog neben dem Auto! Eigentlich an den Gepäckträger. Wir haben da hinten so ein Fahrradträger am Kofferraum. Da ist Jason wieder. Wir gönnen dich bei der Sicherung! Ich weiß nicht, wo die ist. Plag ihm eine rein! Blut für Blut! Was planen die denn? Oh, die steht da bereit und opfert sich. Das ist eine echte Heldin. Oh, die ist gestorben durch einen Messerwurf. Krass! Alter! Alter, er macht hier so ein Wendemanöver. Europäische Weltklasse, was hier abläuft, sage ich dir. Es ist interstellare Weltklasse. Hä? Jetzt ist er hier beim Zweisitzer und gibt dem Zweisitzer eine Starthilfe. Er brescht in den Wald rein. Was hat er vor? Er macht einen Waldprescher-Pressure-Leaf. Under Pressure. Alter, der hat noch Träume, der Mann. Was hat er jetzt vor? Oh mein Gott, er nimmt so einen komischen, verrückten Waldweg. Alter, was ist das? Was hat er denn jetzt vor? Er will, glaube ich, ins Wasser fahren. Was? Hä? Wofür hat er denn jetzt hin? Ich wusste gar nicht, dass solche Wege existieren. Wird mir richtig schlecht. Du kriegst ja richtig Motion Sickness. Wir machen einen Ausflug jetzt am See und... Ja, irgendwie macht er wirklich einen Ausflug am See, Alter. Alter, ich habe keine Ahnung, wo er hin will. Ich habe ja keine Karte. Da finde ich nie wieder raus, wenn ich irgendwann übernehmen muss. Oh mein Gott, er hat eben gerade voll was gerammt und das Auto fährt weiter. Keine Ahnung, er hat eben gerade voll das Reh umgeschrubbt und das Auto fährt eiskalt weiter. Ey, wie kann der mich hier im Wald... Das geht gar nicht, Alter. What the fuck? Ey, der fährt hier die... Da macht die große Hafenrundfahrt, sage ich dir. Da ist alles dabei. Jetzt gehen wir hier am Diarrhoe-Kanal. Na klar. Fahrpumpe! Der jagt doch nur uns, oder? Ich weiß nicht. Jetzt war gerade noch bei mir, aber ich glaube... Wir driven hier immer noch durch die Gegend. Das ist echt super spannend. Jetzt sind wir wieder oben an der Schlaufe. Das gibt's doch nicht. Ey, im Ernst. Wir sind oben wieder an der Schlaufe. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir gestanden sind. Da, wo alles begann. Was zur Hölle? Aber ich muss sagen, du bist ein echt guter Fahrer, ne? Also... Mach der souverän hier. Durchs Gelände schrubben. Musst er erst mal machen, sowas. Musst er erst mal machen, ne? Aber wann komme ich jemals an? Vielleicht hat der auch Daumen gezeigt? Ist okay. Oh, was hat er jetzt vor? Ist das da vorne die Hauptstraße? Darf das jetzt... What? Aus dem Nichts. Wie kam Jason, hat euch gestoppt oder was? Ja, ja. Don't stop me. Alter, der Nächste muss rein und fahren. Ich genieße es gerade hier so aus dem Fenster raus. Okay, ich glaube, ich steig doch lieber aus. Okay. Nein, töte mich nicht! Töte mich nicht! Oh, ich war fast frei. Er wickelt alle um den Baum. Er macht den Baumwickler. Okay, das heißt, das Auto ist jetzt... Holy shit! Holy fucking shit. Komme ich als Tommy wieder? Ich hätte vielleicht doch aussteigen sollen. Aber es war so gemütlich. Hol dir das Auto. Es steht nicht mal irgendwo an einem Baum oder so. Es ist eigentlich kurz vor... Kurz voraus. Kurz voraus. Geh zum Auto und dann hau ab. Oder? Es ist nicht mehr weit, ne? Nee, ist nicht mehr so weit. Ähm, guck mal bitte, ob der Harvest gerufen wurde. Ähm, nee. Ich glaube nicht, oder? Das siehst du doch. Einfach auf die Karte gehen. Du bist der Biker. Achso. Nee. Ah shit. Kein Harvest gerufen. Und Gleis wird jetzt entkommen, oder? Die Frage ist, wo ist das Auto? Die ist doch auf der Karte. Und irgendwer will da fighten, glaube ich. War doch kurz vorm Ausgang, oder? Ja, ich seh's. Da vorne rennt auch irgendjemand. Und da ist... Ja, ja. Und Jason kloppt sich da noch mit allem. Du musst das jetzt machen, mein Sohn. Oh mein Gott. Da sind noch Crackerlis. Am Baum. Am Wickelbaum. Jetzt gerade... Jetzt gleich abbiegen rechts, ne? Ja, ja. Und dann bist du weg. Okay, all set. Go, go, go. Abbiegen. Go, go, go. Go, go, go. Ja, du schaffst es. Er hat sich falsch teleportiert. Ja, ja, ja. Weil der überlebt den Scheiß. Ja, da saust du davon, ihr Fuzzis. Krasser Shit. Yeah. Zieh in dir rein, wie er überlebt. Der King. Hat er gelauert. Als bin ich irgendwie außerhalb der Karte gelandet. Wie die Löwin lauert auf ihre Beute. Bleute? Was denn die Bleute? Ja. Wie die Löwin auf ihre Bleute lauert. Ja, auf ihre Bleute. Und die sind jetzt alle gefangen hier. Haha. Stop, plopp. Mach das Ding. Oh, den zweiten Autoschlüssel hab ich mitgenommen. Geil, Kreis. Richtig geil. Hm. Ja, Kreis nennt man auch den Uber-Mate. Oder die Nazis sagen Uber-Kamerad. Ey, das war jetzt absolut so aus der Situation heraus. Ich hab wirklich... Nein, wirklich. Ich hab gedacht, ich geh runter zum Flat Rock. Und dann hatte ich super Glück, dass er zu euch rüber ist. Weil ihr da runter gefahren seid. Weil er war eigentlich direkt hinter mir. Ich hatte keine Kondition mehr. Er hat mich einfach grabben können. Genau in dem Moment kommt ihr da runter gefahren. Dann hat er sich verpieselt. Und ist zu euch rüber. In der Zeit konnte ich mich ein bisschen regenerieren. Ja, weil der eine auch ewig lang durch die Pampa gefahren ist. Und dann hat er euch angehalten. Das war dann mein Oberglück. Und dann hatte ich nochmal Glück im Prinzip. Weil mir der eine entgegen kam und Jason ihn verfolgt hat. Und deswegen konnte ich am Waldrand an der Seite vorbeischleichen. Das Auto in Ruhe starten. Man hat schon das Handy gehört. Also ist schon aufgefallen, dass im Hintergrund immer so... Den, 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 den. Was? Ja, dieses Vibrationstippen, wo du den WhatsApp drin hast. Ich hab keinen Vibrationstippen. Ja, ja, ja. Kai Kai, es fällt auf. Als erstes ausgemacht, Alter. Ja, ja. Das ist so schrecklich. Kai Kai, es fällt auf. Mach ein bisschen langsam. Noch ein Messer. Ich hab Ledernacken. Kannst noch ein Messer machen. Für den Effekt. Fürs Drama. Damit meine Folge gut rüberkommt. Das war eine richtig dramatische Runde, aber richtig geil. Also... Ja, ja, ja. Das ist halt inszeniert. Ich mein, Hauptsache... Wenn man das erlebt, die jetzt mal so rekapituliert... Hauptsache, der Zuschauer fühlt sich unterhalten. Ich kann es schon verstehen, deinen Ansatz. Kann ich schon verstehen. Hauptsache, die Kids können lachen. Sie haben gesehen, dass Kreis gewonnen hat. Das wichtigste. Alter, die anderen überleben das Ding jetzt rumsitzen. Einer ist escaped. Einer. Nice. Haha. Mann, ich hätte aussteigen sollen, hätte meine Crackerlis werfen sollen. Mich im Wald irgendwie... Er findet das Harvest-Haus. Oh! Es wird noch mal spannend. Vielleicht kommt Keys zurück. Aber es gibt keine Autoschlüssel. War geil. Aber es gibt noch eine Sicherung irgendwo. The Return of Keys? Ich glaube nicht. Kreis kommt zurück. Das wäre nice. Oh, das wäre so schäbig. Das wäre nice. Wenn jetzt Kreis... Oh, da hat er noch ein Spray gefunden. Hol den Harvest. Er hat das Haus noch gar nicht gelootet. Guck mal, hier ist noch alles fresh. Hol den Harvest. Witzig, wenn er jetzt noch die Sicherung finden würde. Er... Er holt den nicht, oder? Doch. Oh, sie ist eine Bauchrednerin. Siehst du das? Ja. Haha. Aber sie hat hübsche Augen. Eine richtig gute Bauchrednerin. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand gechawisst wird. Ich schaue. Ich bin im Tab-Modus. Ja, da... Also bis jetzt? Wo? Ah. K-N-N-Y-M-Michel93. Was ist das? Auch Kinnemichel. 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 Kinnemichel ist bestimmt irgendwie so ein Code für... Ja, ich betäube gern mein Pupsloch. Oder? Ne, das spricht man Kinnemichel. Gibt's denn nicht diese komische... Dieses ähm... Alter, warum hat sie jetzt nicht die ganzen Schubladen gelootet? Ist Jason weg? Jason ist gegangen. Ist nach Hause gegangen. Hab ich gesagt, 4 von 7 reicht Mittag. Oh, da läuft einer. Da ist es. Harvest. Ja. Oh. Pause. So, jetzt erst mal Pause, Mutti, ne? Hast du noch was von dem alten Lippenfleisch? Das war so lecker. Schmier das ja mal drauf. Das alte Lippenfleisch, schauen wir nicht mehr 4 von, ne? Können wir nur noch einmal zu Weihnachten, ein kleines Scheibchen? Und dann nächstes Jahr... Schön eingelegt. Schmeckt sauer halt, ne? Und dann nächstes Jahr zum Beschneidungsfest noch eins. Das ist aber vorbei. Da hab ich auch keine... Da hab ich auch keine Frau mehr. Alter, die hängt immer noch hier, ne? Und der findet sie nicht. Dumpfbacken Jason. Dumpfbacken Jason. Nur bei uns reagiert sie intelligent. Dumpfbacken Jason. Naja, bei mir. Bei Greis hat er ja wie gesagt auch weggefuckt. Aber das ist das geile. Ich hab mich ja auch schon mal so geil versteckt in so einer Ecke. Weißt du? So manchmal... Hast du so Ecken. Aber jetzt wird Jason sauer. Und wenn er... Spätestens wenn er in den Schrank hinter ihr schlägt... Das Möbiliar wird zerstört. Jetzt hat er sie gefunden. Und hat sie ein Messerchen. Dies AFK ist gar nicht mehr da. Raus aus dem Fenster. Eide. Tiefer, tiefer Sturz. Richtig nice. Ja, 5 Minuten 41. Was meinst du? Jason macht Teleport. Hauntingly Hunter macht... Haunted the Hunt. Und KNNY Michel, 93. Haben die irgendwie vorhin zu töten? Oder wieso hat Tommy... Verwesst? Naja, er hat halt eine Machete gefunden. Ja, aber seine Shotgun liegt da hinten. Warum sollte man die Shotgun wegwerfen? Für eine Machete. Hm, aber... Ergibt doch keinen Sinn. Und sie nimmt sie nicht mal mit. Warum? Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Warum sind die so komisch? Vielleicht spielen die heute zum ersten Mal. Nicht jeder hat das Spiel schon so lange. KNNY Michel ist... Ist gut. Ist guter Spieler. KNNY Michel? Ist glaube ich ESL, ne? Ist ESL, ja. KNNY Michel 93. Habt man schon mal gehört. Na PSL spielt der vielleicht. Aber gibt's ja auch. Penissportliga? Die gibt's wirklich. Die gibt's garantiert. Die gibt's garantiert. Die gibt's garantiert. Weitpinkeln. Weitwichsen. Alles, was mit Weiß zu tun hat. Ja, und wer... Penisfechten. Ja, Penisfechten aber mit... Billard ist doch auch olympiatische Sportart, oder? Billard? Eine olympische Sportart, ja. Ach, olympiatische. Eine olympiatische Sportart. Hey, es ist warm. Das Wörterbuch, ey. Das ist auch so ätzend, ne? Oh, das ist eine Batterie. Aber gibt ja keinen Schlüssel mehr. Es hat so viel... Es hat so viel geregnet und so, ne? Und... Also bei uns sind jetzt gerade 29 Grad. Ja, ja. Und jetzt auf einmal von einem Tag auf den anderen wird's wieder so heiß und es soll die ganze Woche richtig schwül werden, haben sie gesagt, ne? Es soll richtig runter klatschen. Es soll so ein Klatsche-Wetter werden. Richtig. Bah! Warum checkst du die Gang? Das Klatsche-Wetter war doch gerade da, oder nicht? Keine Ahnung, die planen irgendwas. Ich schau mal hier, also. Die Folge ist so spannend, dass ich nebenbei das Wetter checke. Also heute... Ey, 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 Alter. Ich hab überhaupt keinen Bock auf 35 Grad mit Regen. Mittwoch werden's dann 28 Grad, Donnerstag 32 Grad, Freitag 27 Grad und 30 am Samstag. Also die Woche sieht's sehr warm aus und sehr schwül und sehr schwitzig. Aber jetzt guckt das Video irgendwer im Dezember. Ey, das ist doch abgesprochen. Die sprechen sich ab. Guck dir das an. Ja, aber was suchen die jetzt genau? Ja, aber ich wollte nur sagen, mir hat aber ein Wetterologe heute ne Nachricht geschrieben, dass Harp und Chemtrails das Wetter kontrollieren und dass man demnächst das Wetter erwerben kann, weißt du? Das hat mir jemand geschrieben, dass man da halt dann Wetter kaufen kann. Wenn du Regen willst, kaufst du. Wenn du Sonne willst, kaufst du. Ja, ja. Hagel, kaufst du. Ich denke, das wird auf jeden Fall, ähm... Ihr lebt auch auf der Unterseite der Erde. Das ist nämlich die Schattenseite, weißt du? Auf der Unterseite der Erde. Ja, da lebt der. Ja, es muss ja nur ne Ober- und ne Unterseite leben, ne? Ja, es muss ja nur ne Ober- und ne Unterseite leben, ne? Da, wo die Nazis wohnen halt, ne? Ja! Da, wo Hitler seinen T-Rex reitet. Da wohnt der. Ja, aber wenn ich doch jetzt, wenn ich jetzt ein Segelboot nehme und bis an den Rand segle, falle ich ja nicht drüber, ne, weil da sind dann Hologramme und Laufbänder. Ja, Hologramme und Laufbänder. Ja, das sind dann so Maschinen, die so simulieren, als würde das Meer ewig weit sein. Dabei ist es gar nicht ewig weit. Das ist so Truman Show mäßig, weißt du? Naja, und irgendwann in einem unbeobachteten Augenblick, wenn du da nachts schläfst, drehen sie das Boot um und du denkst, du hättest Land entdeckt. Mhm. Ja. 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 Das haben die damals schon so gemacht, auch zu Napoleon-Zeiten. Du wurdest anscheinend Kolumbus. Guck mal, das ist doch abgesprochen, das ist ein abgesprochenes Team. Das ist ein abgesprochenes Team. Sehen wir jetzt hier bald den Tod von Jason? Wann hat er das denn gemacht? Ich weiß nicht, aber dann ist die Machete ja auch alle. Ja, vielleicht haben sie ja noch einer. Ich denk mal Magellan damals war ja auch so ein Faker, ne? Bis unten. Alter, was? Bis unten? Alter. Wie er aussieht, Alter! Ich mag Erdnöte. Wie so ein... Mein Name ist Magnet. Hä? Hä, was machen die denn jetzt? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Mit so Leuten spielen wir. Ja, hol dir doch mal einen Pulli, Alter. Hä? Jetzt trägt er sie zum Pulli hin oder was? Da ist der Pulli, Vibe! Da ist der Pulli! Nehm den Scheiß Pulli! Ach ne, der hat dir alles zugemint. Was ist das für ein Schrott? Sind das Freunde oder sind das Randoms? Sie haben nur noch eine Minute. Was machst du? Ich weiß nicht. Völlig für'n Arsch. Also Freitag der 13. aufzunehmen ist immer mehr völlig für'n Arsch. Ja, es wird echt immer schwieriger. Aber er muss ja noch rübertragen. Es ist so idiotisch. Weißt du? So die Dame. Achtung. Vorsicht. Fallen. Vorsicht. Nasses Laub. Alter, sie wollen es tun. Help! Oh Gott! Aber sie müssen ja dann noch nocken, ne? Mit'm Rohr. Ja, sie will ihn jetzt nocken. Ich glaub, die kriegen's eh nicht hin. Ich werd' es nie sehen. 20 Sekunden noch, Leute! 20 Sekunden! Ja, nutze doch mal. Die weiß das gar nicht. Wetten? Nee. Pullover. Ach Gott, das meine ich. Ich werd' es nie sehen. Kuh! Ich werd' das nie sehen. Kuh! Nie. Oh Mann! Nie. Ich werd' das nie sehen. In den letzten Sekunden never. Jetzt! Ja! Er geht down. Aber wenn ich das jetzt noch sehe, dann... What the fuck! Nein! 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 Wieso? Ich werd's nie sehen. Wieso? Ich werd's nie sehen. Nein! Alter! Ich hör's noch im Hintergrund. Das gibt's doch nicht! Der lebt da wieder! Das kann was! Das ist doch fake! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das gibt es nicht. Wir sind echt... Wir sind die ärmsten Schweine auf ganz YouTube Deutschland. Wir sind so verflucht! Oh Mann! Ich glaub das alles nicht. Ich glaub das alles nicht. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr jetzt ne Bewertung da lasst, dann fühlen wir uns auf jeden Fall ein bisschen besser. Vielen Dank! Ich geh jetzt erstmal weinen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!